Äh, treten Sie da nicht hin! Was heißt, ich werde dir gleich ins Gesicht treten, Kollege, Druck ist zu gering, wenn es teppert, willst du fuhre es heute nicht mehr weiter. Du fuhre es nicht mehr weiter. Wie kannst du die Mama oder irgendeinen anderen Hinnigen anrufen, dass er freut? So, was ist da los? Das ist übrigens... Hörst du das? Hörst du das? Hoch ist es gekannt. Was ist, wenn es sich ein Kind da drin verfängt? Das riechst du mir. Hörst du das? Das gehört geschmiert. Wenn du das bei 140 geholt, ist es der hintere Hinnig. Das kann ich auch nicht auf so schmieren. Das ist übrigens versuchte Tötung. Hallo, was ist? Bist du geslafen? Mach dich heim auf. Hei hei hei! Kannst du langsam bewegen? Willst du umbringen? Willst du umbringen selber? Kannst du langsam mit dem Finger auf der Hüfte? Langsam bewegen! Ich schwöre euch! Langsam! Boxer! Bin ich auch einer. Früher. Jetzt eine Pension. So schauen sie mir aber nicht aus. Was auch soll ich nicht aus? Das sagst du mir vielleicht nochmal auf deinem Shelter an. Sollt ihr meine richtig anreißen, dass wir schauen, wie lange stehst du, oder was? Nein! Schau, da zuckt er! Was wird das da jetzt? Gib mir den Schlüssel her! Ja, aber warum? Gib mir den Schlüssel her! Jetzt müssen wir mal testen, ob der Auspuff... Ist aber schon ein bisschen laut, oder? Nein, das gehört so. Das gehört so. Jetzt glaube ich weniger. Was wird das jetzt? Hei hei, hallo! Nix, hei hei! Kriegst du jetzt eine Woche wieder? Ich fahre mit der Frau Fratze! Hei hei! Hei hei hei! Hei hei hei! Ich bin jetzt mit der Frau Fratze! Glocke!